Hallo und herzlichst Willkommen zu einer weiteren Folge von Deep Rock Galactic Ich komme mit dem Bierchen Alter Voll die Blähungen Hahahaha Übelst Komm, wir gehen wollen's Boah Alter Feiler Stinkt das Waaaaaah Hahahaha Okay... Komm den hauen wir uns rein, alli... Uuuuuhhhhhh Alter ich bin Tunnelrat... Tunnelratte... Ich bin so derbe übelst Uuuuuh So gehen wir jetzt auf Mission Voll im Brausebrand Voll im Brausebrand Das schöne ist die Leute hatten wahrscheinlich Spaß damit Wie wir das gemacht haben Dass wir die Mission nicht einmal abgebrochen haben Sondern dass wir jetzt unser Bonus-Krams geholt haben Die sind direkt dabei geblieben Uuuuuh Huchst du mein 11.500 Meter tief Huchst du mein 11.500 Meter Huchst du mein 11.500 Meter Huchst du mein 11.500 Meter Schlechter Weg wo ich gerade runter gefallen bin Huchst du mein 11.500 Meter 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 Huchst du mein 11.000 Meter Findefront Huchst du mein 11.500 Meter B Alter, ich hab voll ein mt, ich krieg gar nix mehr mit hier, ist hier irgendwo überhaupt ein Ei weiter unten Oh, ich bin so der Mann Ich bin so dumme Sachen Monkey ist auf dem Weg Geht cổ, ich bin so dumme Alter, ich schick... Alter, ich bin so breit! Von mir aus... Von mir aus, hundert ist egal... Jetzt geht's noch ein... Alter, ich bin so schön... Alter, ich bin so schön... Und noch was ich? Oh, Alter, ich bin so schön... Also, ich bin so schön... Das war's für heute. 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 So, also markiert habe ich's. Okay. 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 Yeah. Okay, eine Field now One more to finish I need the fuel right here, right there I want the overheating A secondary objective has been achieved Bonus will be transferred to your accounts on the mission completion Drop part en route, hang in there Hm, ja keine Ahnung Geht hier weiter? Ah, wir sind fertig Drop part fertig 60m in die Richtung Muss ich mal ganz grob das Ding hier nehmen Hm Der ist praktisch direkt unter uns hier Eins, zwei, drei, vier Alle da Well done Well done Good job Good job Ich muss mal eine hässliche Rüstung rumernlos werden Die sieht echt übelst kacke scheiße aus He 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 Missions selected and locked in Time to board to drop part My ammo is so ugly He 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 Yep Hüuuhhhh Vielen Dank für's Zuschauen Amn das Team läuft ziemlich gut Wie es ausschaut Ich denke wir werden damit weitermachen Sieht ganz so aus Vielen Dank fürs Zuschauen Wir haben jetzt auch glaube ich So langsam die Rüstung zusammen Um für unseren Ingenieur Uns die Gute zu gönnen Ja Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Bis dahin Hier gibt es noch ein Bierchen Bis dahin Tschö Rieu Ich sabote ihn